Hallo! Mit der Version 2020 wird die PDF-Toolbox um ein neues Tool erweitert, die Dokumentmontage. Was kann das neue Tool? Mit der Dokumentmontage können Sie ganz einfach mehrere PDF-Dateien zu einem PDF zusammenfügen. Sie können Seiten hinzufügen und entfernen, sowie Ihre Reihenfolge ändern. Leerseiten können Sie automatisch einsetzen. Für den Pre-Nec Digital-Druck können Trennblätter und Kommentare eingefügt werden. Diese werden als interne Daten in der PDF-Datei gespeichert und sind erst im Digital-Druck sichtbar. Das neue Tool erinnert etwas an die Seitenmontage, vor allem der Bereich für die Ausgangsdateien und Favoriten. Im Vorschau-Bereich sehen Sie, welche Seiten das neue Dokument haben wird. Jede Datei bildet dabei ein Kapitel. In der Tabelle sind alle enthaltenen Dateien aufgelistet. Hier können Sie viele Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel Trennblätter einfügen. Im Menü-Bereich können Sie die Reihenfolge der Kapitel ändern, Vorlagen laden und speichern, sowie das neue PDF erzeugen. Im Folgenden möchte ich Ihnen am Beispiel eines Buches diese Funktionen näher bringen. Zuerst müssen wir die Dateien, die zusammengefügt werden sollen, in die Dokumentmontage importieren. Wir haben hier drei Kapitel des Buches in Adobe Acrobat geöffnet. Wir starten jetzt die Dokumentmontage über die Zusatzmodule. Die Datei Chapter 1 ist automatisch in der Tabelle und im Vorschau-Bereich gelandet, weil sie in Acrobat beim Start angezeigt wurde. Alle anderen Dateien finden wir im Ordner Geöffnete Dateien. Wir fügen sie mit dem grünen Plus-Button hinzu. Wir können Dateien auch direkt hinzufügen oder aus dem Speicherordner in die Tabelle ziehen, wie wir das hier mit der Titelseite machen. Zuletzt haben wir noch eine Datei mit Bildern, aus der wir nur einzelne Seiten platzieren wollen. Um sie den geöffneten Dateien hinzuzufügen, klicken wir auf das Plus. Jetzt markieren wir die Seite, die hinter Chapter 1 eingefügt werden soll, und benutzen den grünen Plus-Button. Dieses Bild soll hinter das zweite Chapter. Um mehrere Seiten auf einmal einzufügen, bei der Auswahl die Steuerungstaste gedrückt halten. Mit Löschen kann man ein Kapitel wieder entfernen. Um bestimmte Seiten aus einem Kapitel zu löschen, klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Seite und wählen Entferne. Mit gedrückter Steuerungstaste können wir auch mehrere Seiten gleichzeitig markieren. Der Befehl Auswählen entfernt alle nicht markierten Seiten. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf den Namen der Datei klicken, können wir die Reihenfolge der Seiten umkehren, die Seiten drehen oder alle an dem Kapitel gemachten Änderungen zurücksetzen. Bei der letzten Seite eines jeden Kapitels können wir auch eine Leerseite am Ende einfügen. Über die Tabelle können wir sogar eine beliebige Anzahl Lehrerseiten hinzufügen, indem wir den Wert in die Spalte eintragen. In der Tabelle kann man auch die Seiten eingeben, die aus der Datei in den Vorschaubereich übernommen werden. Einzelne Seiten werden mit einem Komma abgetrennt und Seitenbereiche mit einem Minus. Wenn wir in der Spalte Doppelseitig Nein auswählen, dann wird hinter jede Seite eine Leerseite eingefügt. Unter Gradzahlig können wir einstellen, dass bei einer ungeraden Anzahl von Kapitelseiten automatisch eine leere Seite angefügt wird. Die Dokumentmontage bietet weitere Funktionen für die Zusammenarbeit mit dem Prendect-Digitaldruck. Über die Tabelle kann man trennen und Registerblätter vor ein Kapitel einfügen. Ein Registerblatt kann mit Kommentaren versehen werden. Dazu klicken wir in die entsprechende Spalte und fügen den Text ein. In der Dokumentmontage ist dieser Text als Tooltip sichtbar. Zur Erinnerung, diese Funktionen sind nur im Prendect-Digitaldruck wirksam. Die jetzige Ansicht können wir als Vorlage speichern. Beim nächsten Aufruf der Dokumentmontage haben wir dann die Möglichkeit, sie über diese Auswahlliste wieder aufzurufen. Wenn wir mit allen Einstellungen fertig sind, erzeugen wir die neue PDF-Datei durch Klick auf diesen Button. Wir geben einen Namen für die Datei ein und klicken auf Speichern. Wie man sehen kann, wurden alle Seiten zu einem Dokument zusammengefügt. Die Datei ein und klicken auf die Datei ein und klicken auf den Markt. Die Datei ein und klicken auf die Datei ein und klicken auf die Datei ein und klicken auf den Markt.